Denn wer das lernt, was man bei euch lernen kann, der braucht sich keine Sorgen machen. Ja, hi, ich bin Roland. Ich habe ein Geschäft und das Geschäft beschäftigt sich damit in der Sozialwirtschaft, Menschen zu helfen, Menschen dabei zu helfen, das wieder tun zu können, was sie eigentlich möchten, nämlich sich um andere Menschen zu kümmern, anstatt sich mit Verwaltungskram den ganzen Tag beschäftigen zu müssen. Ja, unsere Kunden, das sind Altenpflegeheime, das sind Jugendhilfeeinrichtungen, Behindertenhilfeeinrichtungen, Kindertagesstätten, Kindergärten, das ist die Sozialwirtschaft. Quasi der ganze Healthcare-Bereich neben Krankenhäusern, der sich damit beschäftigt, dass es Menschen gut geht, die ein Problem haben in irgendeiner Form. Ja, ich habe das gebucht. Das ist eigentlich ganz interessant, weil ihr mich durch eure Art und Weise ganz schön eingefangen habt. Also ich habe eigentlich gar nicht gesucht, aber ich habe euch gefunden. Warum habe ich euch gefunden? Naja, weil ich mir schon längere Zeit sehr viel Gedanken darüber gemacht habe, wie ich das auch bei mir im Betrieb schaffe, nicht dauernd Dienstleistungszeit gegen Geld zu tauschen. Natürlich produziere ich Software und Softwarelizenzen lassen sich ja auch schon kopieren, aber ich hatte eigentlich einfach noch einen zu hohen Dienstleistungsanteil. Und ich habe immer sehr viele Probleme dabei gehabt, neue Leads zu bekommen, qualitative Leads. Ich habe also vorher ganz schön viel Geld verbrannt bei Facebook, weil ich habe natürlich so angefangen, als ich den Betrieb gekauft habe vor drei Jahren. Da habe ich ICSIS gekauft, so heißt die Firma. Da habe ich so angefangen, wie es wahrscheinlich jeder getan hat. Also ich habe gehört, okay, es soll total cool sein, auf Facebook mal eine Werbung zu schalten und zu sagen, hey, hier bin ich, ich habe ein geiles Produkt, jetzt kauft doch mal bitte alle bei mir. Aber das ist natürlich nicht ganz so gelaufen. Und als ich euch dann kennenlernte über eine eurer Anzeigen, die ich aber gar nicht als Anzeige erkannt habe, weil ihr nämlich was gemacht habt, was keine andere gemacht hat. Ihr habt Content geliefert. Also ihr habt eine Geschichte geliefert dazu und ihr habt das damit gemacht mit Social Media, was man normalerweise tut, wenn man seine Freunde bedient, nämlich darüber zu berichten, was man so tut. Und was man so macht und wie es am besten gehen kann. Ihr habt also nicht gesagt, hey, wir sind die coolsten der Welt, wir haben hier unseren Business-Bilder, bitte kauf den. Sondern ihr habt gesagt, Mensch, möchtest du, damit habe ich mich angesprochen, gefühlt, nicht irgendwie auch hinkriegen, dass du nicht dauernd Zeit gegen Geld tauscht. Können wir dir nicht dabei, oder wir helfen euch dabei und können euch auf eine bestimmte Art und Weise zeigen, wie es eben heute doch noch funktionieren kann. Mit Online-Geschäft Geld zu machen. Und dabei habe ich halt wirklich eine ganze Menge gelernt und bin so zum Business-Builder gekommen, der damals noch PTC hieß. Also bin schon länger dabei. Also Performance Traffic Coaching. Aber ich glaube, ihr habt dann irgendwann selber erkannt, dass es mit Traffic Coaching nichts mehr zu tun hat und dass ihr Menschen dabei helft, Geschäfte richtig aufzubauen. Ja, also ich habe angefangen mit 2,2 Millionen tatsächlich und bin jetzt bei 2,5. Konnte also permanent auch schon das zweite Jahr jetzt wirklich eine Steigerung feststellen. Und da bin ich euch auch sehr dankbar dafür, weil das nachweislich eben wirklich durch die vielen Ideen gekommen ist, die ihr in mein Unternehmen reingemacht habt. Ich sage mal, das ganze Coaching fängt damit an, dass ihr mich als Unternehmer erstmal in Frage gestellt habt. Ja, und da habe ich gesagt, okay, denkst du eigentlich richtig? Konzentrierst du dich wirklich auch auf die Sachen, die du willst? Weißt du eigentlich, was für dich jetzt in deinem Unternehmen gerade das Wichtigste ist? Kennst du dich schnell eigentlich, wo du dich jetzt drauf konzentrieren solltest? Bist du dich auch in der Lage, dich von Dingen zu trennen, die dir gar nichts mehr bringen? Oder hältst du an irgendwelchem alten Zeug fest, was dir im Weg steht? Ja, das habe ich alles nicht gemacht. So habe ich das nicht gesehen. Ich habe es natürlich von den Vorgängern übernommen. Ja, und ich habe, ich sage mal, das Unternehmen mehr oder weniger verwaltet, anstatt das Unternehmen jetzt wirklich nach vorne zu entwickeln. Und da habt ihr mir doch sehr bei geholfen, an den richtigen Schrauben zu drehen. Und nicht auf eine Art und Weise, wie es die meisten anderen versuchen. Na, hier hast du eine Checkliste, die arbeitest jetzt ab von 1 bis 10. Und wenn du dich genau dran hältst, dann funkt es irgendwie. Nee, ihr habt eine andere Art und Weise, da ranzugehen. Also ihr habt echt meinen Kopf geöffnet. Und damit fing das schon mal an, erstmal die Plattform zu schaffen. Also nicht zu sagen, gut, wenn du jetzt auf die Art und Weise die Werbung schaltest und drei Bilder mehr reinstellst als andere und dann vielleicht auch noch irgendwelche Kennzahlen miteinander vergleichst, was natürlich auch richtig und wichtig ist. Klar, aber das ist nicht der erste Schritt. Also ihr habt wirklich erkannt, das ist auch in einem Unternehmen wie dem meinen. Ich habe bei meinen 30 Familien zu ernähren, also 30 Mitarbeiter. Ich glaube, einer ist auch Single, aber die anderen haben halt Familie. Da trägt man ja auch eine gewisse Verantwortung. Ich meine, wem sage ich das? Du kennst es ja auch. Ihr werdet ja auch, ich sage mal in Anführungszeichen, immer erwachsener. Wenn gleich ein Mann natürlich erst erwachsen wird, wenn er in Rente geht, wenn überhaupt. Aber okay, gut. Ja, und das ist das, ich sage mal, was ich gemacht habe. Ich habe dann echt erstmal ausgemistet. Nicht nur mein Unternehmen, sondern mein Kopf. Ich habe gesagt, okay, ja, was ist denn jetzt wirklich eigentlich das Kerngeschäft, wo ich mich jetzt darauf konzentrieren soll? Also das Kerngeschäft ist eigentlich, mich wirklich darauf zu konzentrieren, nicht unsere Software zu verkaufen, sondern einfach das Produkt immer geiler zu machen und den Menschen zu helfen mit dem, was ich rausgebe. Also ich verkaufe jetzt nichts mehr, sondern ich helfe den Menschen da draußen, ihre Probleme zu lösen. Meine Software ist jetzt nur noch ein Mittel zum Zweck. Gut, die verkaufe ich natürlich trotzdem, aber ich muss es nicht mehr sagen. Also die Frage steht am Ende nicht mehr im Raum. Und ich habe all die Techniken zunutze gemacht. Ich muss allerdings sagen, auch in Verbindung mit, naja, auch mit einer Sache, die sehr tricky war von euch. Ihr habt ja jedem, ich sage mal, der reinkommt zu euch, eine Karte geschenkt. Ja, und diese Karte, die hat mir den Eintritt verschafft, naja, in die Welt des Storytellings. Und dort war ich dann, weil das war das Zweite, was ich so erkannt habe, was für mich sehr wichtig war, wenn du einen Text schreibst oder sowas, dann musst du die Herzen der Menschen berühren, die den Text lesen. Du musst da reinkommen und jeder Absatz, der muss so interessant sein, dass er den nächsten Absatz verkauft, in Anführungszeichen, damit der Text dann auch gelesen wird. Und das habe ich da natürlich extrem gelernt, weil auch da bin ich euch dankbar, dass ihr jedes Mal, wenn ihr irgendwas macht, jetzt nicht gleich sagt, okay, das haben wir jetzt alles erfunden, sondern das haben wir von dem gelernt, das haben wir von dem gelernt und das gehen wir jetzt einfach weiter an euch. Und in dem Fall habt ihr gesagt, halt, der Mensch Christiani, das ist der Ideale, der Alex, geh mal zu dem. Ja, guck dir das mal an, weil dann bist du inspiriert, dann fängst du wahrscheinlich an, andere Texte zu schreiben. Ja, genau das habe ich gemacht. Und mit diesen Dingen zusammen habe ich zum Beispiel jetzt nicht überhaupt nur Funnels gebaut oder irgendwie Traffic auf Facebook gekauft oder sowas, sondern ich habe meine eigene Liste, also die Menschen, die ich schon kenne, viel mehr ins Boot genommen und viel mehr, ich sage mal, an Bestandskunden, die ich schon hatte, auch verkauft. Es kam eine Gesetzesänderung und die zwang mich dazu, dass ich innerhalb kürzester Zeit ein Update rausgeben musste, weil sich gesetzlich was geändert hat und die Leute im Rahmen des Wartungsvertrages das kriegen sollten. Aber ich habe dann aufgrund eurer Ideen ein neues Produkt rausgebaut, anstatt einfach alles herzugeben, weil es ist wirklich ein mega Paket geworden. Und ich habe dann mit Hilfe eines Webinars, was auch nach, ich sage mal, eurem Muster aufgebaut ist, also es ist eben auch aufgebaut wie ein Theaterstück, sage ich jetzt mal, aber da will ich jetzt mal die Spannung nicht irgendwie kaputt machen für diejenigen, die mir vielleicht nachfolgen und, ich sage mal, euren wunderbaren Businessbilder dann auch durchgehen von vorne bis hinten, aber ich habe es nach dem Muster aufgebaut und musste dann nicht mit allen telefonieren. Also ich konnte wirklich, ich sage mal, an mehr als, ich sage mal, 250 Leute oder so gleichzeitig dieses neue Mobil verkaufen, was dann immerhin 2000 Euro pro Stück gekostet hat und da kann man sich auch ausrechnen, was da mal eben rauskommt. Früher hätte ich mich am Telefon gesessen, hätte mich wochenlang damit beschäftigt. Jetzt, da bin ich am kürzesten Weg dahin gekommen. Dank eurer Hilfe und Möglichkeiten, vieles schnell zu machen. Also, was ich auch gelernt habe bei euch ist, ja, es kommt nicht wirklich darauf an, jetzt irgendwie den besten Webdesigner zu haben, sondern einfach zu machen, ins Handeln zu kommen, zu sagen, okay, ich beschäftige mich mal selber, Lamete, und auch als Unternehmer muss ich bestimmte Dinge einfach selber machen. Die müssen nicht besonders toll aussehen, aber die müssen halt die Ansprache finden und den Weg ins Herz derjenigen, die es benutzen müssen am Ende. Ja, also, ich glaube, na, was heißt ich glaube, ich weiß, wir haben dadurch bei uns in der Firma intern die Kultur auch geändert. Also, viele der Dinge, die sind jetzt bei allen Mitarbeitern angekommen. Ich nehme immer mehr ins Boot. Also, ich mache zum Beispiel in der übernächsten Woche bei uns intern einen Kurs und bringe dann auch vielen anderen bei, wie man halt Online-Kurse und Videos produziert, wie man die möglichst schnell schneidet und so weiter, wie man die rein stellt, damit ich das eben immer mehr mache, also, damit der Automatisierungsgrad immer weiter steigt. Also, ich habe jetzt zum Beispiel, bei uns war früher immer gang und gäbe, dass ich, ja, ich sage mal, die Menschen rausgeschickt habe, meine Mitarbeiter, die Consultants, die haben dann draußen Schulungen gemacht, haben die dann abgerechnet und fertig. Ja, und jetzt war ich bestens durch euch auf die Corona-Zeit vorbereitet und habe sowieso, bevor Corona kam, dann mal mit diesem neuen Modul auch gleichzeitig eine Online-Schulungsserie verkauft und kein Mensch wollte mehr, dass ein Dienstleister rauskommt und irgendwas macht, weil die konnten das halt dann anschauen, wenn sie gerade Zeit haben. Ich habe schöne kleine 15-minütige Videos gemacht, habe hinterher mit der Membado-Plattform noch ein paar Tests daran gehängt, ja, habe das dann so automatisiert, dass wenn die Tests alle bestehen, also zu 80 Prozent alles richtig ankreuzen und so weiter, dass am Ende automatisch ein Zertifikat rauskommt. Ja, und dann haben die mich hinterher angerufen, Pflegedienstleitung und so, haben gesagt, Mensch, Herr Bienen oder Roland, je nachdem, wie ich mit denen bin, das brauchen wir jetzt eigentlich überall. Nicht nur für das neue Modul, das brauchen wir für alles, weil das ist ein total geiles Onboarding-Konzept. Immer, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter kommt, will ich dem so einen Kurs kaufen können. Dann muss keiner kommen und wenn er mir das Zertifikat bringt und der zeigt mir das, dann weiß ich, der kann es. Das will ich. Genau. Ja, und solche coolen Dinge passieren dann. Also ich sage mal, ihr seid für mich eigentlich die, die das Denken anstoßen, die einen dahin bringen, dass man eine gewisse Art und Weise zu denken entwickelt, die für sich ausbaut, das adaptiert auf seinen eigenen Case und dann funktioniert es. Wenn es dann wirklich mal klemmt und man hat ein Problem und kommt nicht weiter, ihr habt wie in jeder Woche, an jedem Tag einmal die Möglichkeit, dass wir mit euch sprechen können live, dass wir nachfragen können. Im Business Builder ist es normal halt. Ja, also, dass man sich kennt auch. Also, das ist nicht irgendwie anonym oder so. Dass da irgendein, keine Ahnung, ich will ja keinen Namen nennen, da ist halt sowas nicht so. Da kaufst du irgendwas und dann guckst du dir das an, aber da ist kein Mensch, mit dem du reden kannst oder so. Und wenn du das mal willst, dann musst du das finanziell erst mal aufbringen, was der dafür haben will. Aber bei euch ist es normal. Mit euch kann man arbeiten. Das fühlt sich irgendwie an wie so eine große Familie. Na, ich würde sagen, jeder Unternehmer sollte sich eigentlich, wenn er ein Wissen hat, was ich durch euch mittlerweile erlangt habe, der sollte sich darüber freuen, dass Corona jetzt gekommen ist. Weil wenn der jetzt alles richtig macht, dann haben seine Mitbewerber keine Chance mehr. Denn wer das lernt, was man bei euch lernen kann, der braucht sich keine Sorgen machen. Der erreicht über alle Kanäle jederzeit seine Kunden und kann dem weiterhelfen. Fast egal, was der tut. Also ich habe sogar einen Freund, einen Handwerker erlebt, der nicht zu jedem Kunden gehen konnte. Der hat tatsächlich Videos gedreht und hat den Leuten erklärt, wie sie kleine Dinge selber machen können. Hat die dann weit nach vorne gebracht. Am Ende haben sie ihn dann natürlich doch gerufen, aber man kannte sich dann schon und so. Also echt eine geile Verkaufsmethoden. Manche haben sich bedankt und kaufen den dann ein, wenn sie wirklich ein Projekt haben oder so was. Also eine bessere Chance hast du eigentlich gar nicht, als im Moment dich von der Konkurrenz abzusetzen. Also jeder ist auch irgendwie gerüstet jetzt. Du kriegst vielleicht dann Zugang zu den ganzen Menschen als vorher, weil da ist ja überall, auch da, selbst bei den letzten Menschen, die sich dem noch verweigert haben, da ist jetzt eine Zwangsdigitalisierung passiert. Jetzt kommen wir viel besser überall rein als vorher. Ich glaube, dass auch durch euch bei uns so die wissenschaftliche Methode Einzug erhalten hat und das Durchhaltevermögen ein anderes ist. Viele Menschen glauben ja immer, dass alles beim ersten Mal funktioniert. Und das ist so ein Teil, der bei uns jetzt in der Kultur auch verankert ist. dass eigentlich das anfängliche Scheitern dazugehört. Wenn ich mal euer Beispiel mit dem wunderbaren Herrn Edison nehmen darf. Ich glaube, der hat 992 Mal oder so Glühbirnen gebaut und erst die letzte funktionierte. Und naja, und als sie dann funktioniert hat, brauchte der sich keine Sorgen mehr machen in seinem Leben. Also es ist kein Kindergarten. Also so ein Unternehmen ist kein Ponyhof. Aber wenn man auf euch hört, dann kann ich sagen, dann tut sich definitiv was. Es tut sich nicht nur was im Geschäft, sondern es tut auch was mit den Menschen. Ja, ihr seid eigentlich für mich so eine Art Caretaker. Ihr kümmert euch mehr um die Menschen in den Unternehmen als um alles andere. Natürlich gibt ihr auch die Tipps und kümmert euch irgendwie um die Technik und so, wenn einer einen Rat braucht. Aber ich glaube, das wird Gott sei Dank immer mehr zur Nebensache. Und auch was Traffic angeht oder so. Früher hast du dann, ich habe den Traffic Tipp Nummer 1, du musst jetzt Werbung da so und so schalten, dann machst du das schnell Geld. Ja, völliger Bullshit. Bei euch lernt man eigentlich, wie man auch zurechtkommt, wenn Facebook seinen Algorithmus ändert und was anderes passiert. Dann bist du mit euch immer ein Rampball, weil die Methoden, die ihr vermittelt, die funktionieren dann trotzdem. Bis, 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 bis! Bis, 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 bis. Bis zum nächsten Mal.